Ö3-Podcast Du hast gesagt, dass da schon sehr dunkle Momente bei dir waren. Wie nah am Abgrund bist du denn gestanden? Puh, wie nah. Nein, ähm, ja, also ich glaube... In Schritten. Einen. Echter. Kratki sucht das Glück. Und findet... Josch. Josch ist mit Cordula Grün 2018 auf einen Schlag im ganzen Land berühmt geworden und ist Musiker durch und durch. Mittlerweile hört man viele Hits von ihm regelmäßig auf Ö3. Von Expresso und Chianti über ein Tattoo von dir bis hin zu Martina und Ich gehöre repariert. Bei Letzterem geht's um die schwere Zeit während seiner Depression, über die er auch heute offen spricht. Josch! Und damit geht es wieder los. Herzlich Willkommen bei Grad gesucht das Glück. Es freut mich, dass ich so einen prominenten Menschen gefunden habe wie dich, der auf zwei unterschiedliche Arten immer wieder von sich hören lässt. Erstens, weil du einfach ein großartiger Musiker bist und jede Menge Hits, die wir auch auf Ö3 feiern, gemacht hast. Und offensichtlich nicht enden wollend auch weiterproduzierst. Und auf der anderen Seite, weil du einfach ein sehr, sehr feiner, kluger Gesprächspartner bist. Ich habe das bis jetzt immer nur entweder im Ö3-Wecker, wenn du zu Gast warst, genießen dürfen oder in den Interviews dich von dir gelesen habe. Aber in sehr, sehr vielen davon ging es auch unter anderem um das, worum es in diesem Podcast geht, psychische Gesundheit. Deswegen starte ich auch traditionsgemäß, wie bei unserer ersten Podcast-Runde, auch bei dir jetzt zum Start der zweiten mit der durchaus ernst gemeinten Frage. Wie geht es dir gerade? Ja, wenn man es wirklich so ganz ehrlich beantworten muss, ist es oft gar nicht so einfach. Ein bisschen lang ist das Jahr schon. Ich glaube schon, dass ich langsam müde bin, dass ich irgendwie merke, dass ich wieder aufpassen muss, dass ich ein bisschen runterkomme, ein bisschen weniger mache. Ich habe ein bisschen dieses Ziel, Wiener Stadtteile am 7. November und bis dorthin habe ich so das Gefühl, kann ich die Spannung aufrechterhalten. Und dann habe ich ein bisschen Bedenken, was danach ist, dass das ein bisschen zamsackt alles. Aber ja, also eigentlich bin ich ein bisschen müde und schon ein bisschen fertig von dem, was so war heuer. Wie geht es? Ist mittlerweile von der Bedeutung her so gewichtig bzw. auch ungewichtig manchmal wie das Hallo? Wenn man dann aber wirklich die Frage stellt und sich für die Antwort interessiert. Und dann bekommt man so eine ausführliche Antwort mit allem drum und dran. Reagieren die meisten Leute dann meistens aber eher komisch, oder? Ja, deswegen glaube ich. Das wollte ich auch nicht wissen, so. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein sehr gelebtes Ding, dass wir solche Floskeln irgendwie haben. Ich würde sie ja auch nicht irgendwie als Lüge bezeichnen, weil natürlich, wenn wir jetzt nicht gerade in diesem Setting sind für so einen Podcast. Gestern habe ich ja ein Interview geführt für eine Tageszeitung. Und wenn da die Anfangsfrage bei so einem kleineren Interview kommt, wie geht es dir denn? Dann sagst du gut, danke und dann geht es weiter. Und es ist ja natürlich, wenn man jetzt, ja eigentlich ist es gerade eine Spur gelogen. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich es in dem Moment irgendwie so... Es macht es in dem Moment auch schwierig, weil das ist mir erst dann, nachdem die erste Staffel von unserer Podcast-Serie dann abgedreht war, ist mir erst aufgefallen, dieses wie geht es oder wie geht es dir, wie geht es euch, wie geht es Ihnen? Das ist auch meistens die Anfangsfrage von jeder Psychotherapiestunde. Ja. Also die Therapeutinnen und Therapeuten bzw. Psychiaterinnen und Psychiater starten in den meisten Fällen mit, und wie geht es? Was hat sich denn getan seit dem letzten Mal, als wir uns getroffen haben? Da übrigens immer, kleiner Tipp, Gegenfragen, was war das letzte Mal? Und in dem Augenblick, wo dann das Gegenüber, der Profi gegenüber oder die Therapeutin gegenüber das nicht beantworten kann, freundlich auf Wiederschauen sagen, Geld zurücknehmen und aussegen. Ja, es mir Gott... Also ich habe einmal gewechselt, aber ich bin mit meiner jetzigen Therapeutin sehr zufrieden. Das muss man finden. Ja, das ist auch etwas, was halt lustigerweise, ich weiß nicht, ob es dir da auch so gegangen ist, wenn man halt einmal irgendwo, wir als Personen in der Öffentlichkeit, dann halt mal darüber geredet hat, dann bringt das auch in meinem Fall etwas mit, dass halt teilweise dann einfach Leute mal schnell ein WhatsApp schreiben und sagen so, du bist ja jemand, mit dem man da irgendwie reden kann auch. Das ist so quasi, wie die Menschen wissen, ich werde keine Verurteilung nehmen. Und dann kommen durchaus Leute auch, die man kennt, haben sich irgendwie bei mir gemeldet und gesagt so, was hast denn du damals gemacht? Was waren so die ersten Schritte? Wie hast du gemerkt, dass dir ging es nicht gut? Und da habe ich zum Beispiel auch, das ist eine Sache, wenn ich mich als Experte darstelle, ist ja Blödsinn. Aber das ist wirklich etwas, was ich von vielen gehört habe und was ich selbst erlebt habe. Es ist überhaupt kein Problem, wenn man sich mit einem Therapeutin oder einer Therapeutin nicht das Gefühl von Glück hat oder wie man das jetzt ausdrücken soll, einfach zu sagen, ich schaue mich nochmal um. Es gibt auch das sogenannte Erstgespräch, das in den meisten Fällen auch gratis sein sollte. Da müssen sich ja auch der Patient und der Therapeut bzw. die Menschen, die das gemeinsam versuchen, irgendwie dann abzuarbeiten, was ist abzuarbeiten, gilt einmal ein bisschen beschnuppern und kennenlernen. Es ist natürlich klarerweise in Städten, kleineren wie größeren, ein bisschen easier dann jemanden zu finden als am Land. Das macht die Sache problematisch. Ich glaube, dass das tatsächlich auch ein bisschen so ein Ding ist, weil wenn wir dann ja oft darüber reden, wir sollten in der Gesellschaft offener damit umgehen, Vorurteile abbauen und so weiter und so fort, dann ist das tatsächlich, glaube ich, wie du sagst, als Wiener, also da gibt es ja auch Internetseiten, wo man tatsächlich schauen kann, welche Therapeutinnen und Therapeuten gibt es denn in meinem Bezirk, in dem Umfeld und wenn man jetzt, weiß ich nicht, dann sich ein Tiroler Tal anschaut oder sowas, da gibt es im ganzen Tal einen. Und wenn der Auto vor dir steht, dann wissen alle, dass du heute bei dem bist oder bei ihr. Und das ist natürlich dann schon etwas, das hätte ich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, hätte ich ganz am Anfang, wo ich jetzt frisch war in dieser Thematik, wenn man das jetzt so will, und das hätte ich, glaube ich, nicht wollen. Oder das hätte mich schon auch, glaube ich, ein bisschen davon abgehalten, so dieses, okay, jetzt wissen irgendwie alle, dass ich da hingegangen bin, weil ich glaube, wenn man sich schon wieder ein bisschen gefestigt hat, ist es einfacher darüber zu reden, als wenn es gerade halt wirklich schlimm ist. Ich meine, wer andere Weltstädte kennt, ich will es nicht mehr beleidigen, ja, weiß, dass Wien sich zwar immer gerne Weltstadt nennt, aber keine ist, Wien ist ein Dorf. Das ist wirklich eine, also dafür, dass es eigentlich eine relativ große Stadt ist, funktionieren die Buschtrommeln in der City extrem schnell und extrem gut, aber wenn du nicht selber mal in einem kleinen Ort warst oder in einem kleinen Ort aufwachsen bist, dann hast du ja keine Ahnung, was das wirklich bedeutet. Ja, ja, voll. Weil, wie du richtig sagst, du stehst dann plötzlich mit deinem Auto irgendwie oder du gehst in den falschen Hauseingang rein irgendwie, also jeder erzählt es jedem und die Leute reden sich halt irgendwie dann den Mund franzig. Und das ist in so einer Situation natürlich wahrscheinlich das Schlechteste, was da passieren kann. Glaube ich auch. Dass halt wildfremde Menschen an deinem innersten Seelenleben teilhaben. Jetzt hast du aber durchaus in den letzten Monaten immer wieder, habe da ein großes Interview von dir auch gelesen in einem Magazin zu diesem Thema. Jetzt hast du durchaus sehr bereitwillig aus deinem Herzen keine Mördergrube gemacht, sondern dich geöffnet und Menschen durch dieses Fenster mal bei dir ins Innerste hineinschauen lassen. Warum eigentlich? Wieso? Wie ist es dazu gekommen? Also, es ist tatsächlich über die Musik so gekommen, dass ich eben diesen Song hatte, ich gehöre repariert. Und in zwei anderen Songs auf dem Album ist es mehr oder weniger so, dass das jetzt nicht ganz so plakativ groß ist. Da wäre es vielleicht noch ein bisschen untergegangen. Man hätte sich aber auch schweigen können. Genau, man hätte sagen können, ja. Gibt es Superstars, die singen von irgendwie durchwachten Drogennächten mit... Und dann nix dazu ist auch okay, finde ich. Ich meine, ich denke mal, was ich nicht wollte, ist irgendwie dann anfangen zu missionieren oder irgendwie zu sagen, hey, ich bin jetzt... Aber ich habe Interviewfragen beantwortet, die man mir gestellt hat. Ich bin nirgends hingegangen und habe mich angeboten als Gast für irgendetwas, dass ich da jetzt irgendein, was vor mich da hinschwafel. Ich habe tatsächlich aber auch ein Buch gelesen von einem deutschen Comedian, das mir einfach, also eigentlich Kabarettisten auch, was mir extrem geholfen hat, in dem, dass Kleinigkeiten, die irgendwie mittlerweile sehr klar sind bei mir, ich überhaupt nicht gecheckt habe. Also das ist ein Buch von Kurt Krömer mit einem fantastischen Titel. Das Buch hat den Titel, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Und das finde ich, allein dieser Satz, der da vorne draufgestanden ist, der hat mich so gekriegt in dem Moment. Und ich habe mir gedacht, okay, das möchte ich jetzt lesen. Und bin da nachher draufgekommen, es hatte schon einen Grund, warum ich plötzlich solche Bücher irgendwie genommen habe. Hast du aus dieser Ära deines Lebens, die auf der einen Seite von großem Erfolg gekennzeichnet war und auf der anderen Seite von der Wahrnehmung psychischer Belastungen, die über das Normale hinausgehen, hast du tatsächlich erst durch dieses Buch dich mit dem Thema dann sozusagen professionell auseinandergesetzt? Bist du danach erst zur ersten Therapie gegangen? Oder gab es da vorher, gab es da schon eine Vorgeschichte bei dir? Es gab eine Vorgeschichte, also beziehungsweise ich habe einmal so sechs, sieben Therapiestunden gehabt. Da war ich, glaube ich, weiß ich nicht, das ist schon einige Jahre her, 24 oder so. Und damals hat mich eine Frau verlassen, in die ich unsterblich verliebt war. Und da fuhr der Lift, wie man so schön sagt, ein bisschen zu weit ins Kellergeschoss. Beziehungsweise hat es sich so angefühlt. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht gehe ich halt mal irgendwo hin. Und da habe ich mich extrem geschämt, weil man kann ja nicht, also quasi jeder hat mal ein Beziehungsende oder wird verlassen. Und habe das damals dann noch tatsächlich nicht wirklich zugegeben, dass ich eigentlich, es gar nicht mehr wirklich um sie gegangen ist, sondern einfach um sehr viel so dieses Jahr, du sitzt da und bist grundlos traurig, auch so zwei Jahre später. Das habe ich dann alles eigentlich wieder verdrängt. Und dann kam Stamenia, wo ich in der Jury gesessen bin. Und da war Corona auch. Und ich habe irgendwie gesagt, naja gut, es ist die einzige Zeit, wo ich sowas machen kann, weil ich keine Konzerte spiele oder so gut wie keine. Und hatte dann da irgendwie Zeit dafür. Und habe dann aber schon gemerkt, umso näher das gekommen ist, so uff, irgendwie werde ich so nervös und so innerlich unruhig und so ängstlich, dass ich mir gedacht habe, ja, vielleicht suchst du dir so eine Art Coaching während dieser Sendung, dass du halt mit jemandem reden kannst, weil ich gewusst habe, umso mehr du in die Öffentlichkeit gehst und ORF1 Primetime, viel mehr geht jetzt nicht, abgesehen vom Wecker würde ich behaupten, ist dann so, du kannst dann nicht jedem gefallen. Das geht einfach nicht. Und ich war damals ultrasensibel auf so Kommentare auf Instagram und Facebook und diese ganzen Sachen und habe dann einfach viel geweint über solche Dinge. Und das haben die Menschen ja nicht so gemeint da draußen. Die wollten mich ja wahrscheinlich nicht persönlich treffen. Und dadurch wurde das irgendwie immer mehr. Und das war dann halt eigentlich, nachdem ich eine Zeit lang dann in Therapie war, bin ich dadurch halt auch noch draufgekommen, dass das, weiß nicht wann, so mit vielleicht zwölf oder so angefangen hat, zwölf, dreizehn, und ich in der Schule schon ganz oft solche Phasen hatte und irgendwie mir halt immer gedacht habe, so ja, das, also, wenn es dunkel wird im Winter und man zu Hause sitzt in seinem Zimmer als pubertierender Bursch, dann ist das normal, dass du jeden zweiten Abend einfach mal eine halbe, dreiviertel Stunde weinen musst und eigentlich gar nicht genau weißt, warum. Das war für mich die Normalität halt, weil es halt, ich habe das nicht vor anderen getan, sondern alleine und habe mir nichts dabei gedacht. Also es ist voll arg eigentlich, aber, ja, eigenartig, weil ich jetzt gerade überlege und ich kann mich, bei mir witzigerweise, was auch übrigens komplett verkehrt ist, überhaupt nicht erinnern, dass ich als Kind irgendwie gewarnt hätte. Ja. Also ich kann mich erinnern, dass ich nach dem Tod meines Vaters mir Mühe geben musste, als Sechsjähriger, das ist ja eine meiner intimsten und prägendsten Erinnerungen, dass alle um mich herum heulen, ja, Rotze und Wasser, eh klar, irgendwie, wenn, 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 wenn der Familienvater stirbt, gibt es wahrscheinlich kaum was Schlimmeres und es ist der Tod eines so nahen Angehörigen irgendwie und alle waren todtraurig und ich bin zu Tagsessen, habe mich umgeschaut, habe mir die ganze Zeit gedacht, jetzt musst du auch rehen, weil sonst kehrst du quasi nicht dazu, oder also ich hatte fast ein schlechtes Gewissen und auch nach dem Tod meiner Mutter keine Träne. Bei mir ist es ganz komisch, dass ich dann tatsächlich, bei mir kommen dann irgendwann einmal, kommt alles zusammen und dann kann ich alle Schleusen eröffnen, aber dieses sozusagen regelmäßige Weinen ist ja eigentlich eh normalerweise etwas, wo man sagt, das ist ja eigentlich gut, also das ist ja normal. Es war ja auch dann, also diese grundlose Traurigkeit war das Problem, das Weinen an sich ist es ja eigentlich nicht, weil muss man auch tatsächlich sagen, wenn das passiert, dann geht es zumindest in meinem Fall danach eine Spur besser, weil es schon irgendwie, ja, ich bin jetzt kein Psychiaterin oder Psychiater, die sich da gehirntechnisch auskennt, ich weiß nicht, was genau passiert, aber es hat schon irgendwie so ein Ventil, wie du sagst. Ja, ich glaube halt auch, dass das, also das Spannende an diesen ganzen Sachen ist, dass ich am Anfang immer gedacht habe, dass das alles so individuell ist, dass das ja gar nicht irgendwie so, ich habe diese Krankheit irgendwie überhaupt nicht sehen können und dann war eben dieses Buch da und dann hat er von Sachen geredet und Sachen beschrieben, wo ich mir gedacht habe, das gibt es doch nicht, das klingt wie, wie ein Tag aus meinem Leben, so eins zu eins und da ist es mir irgendwie so eingeschossen, so, naja, warte mal, dann könnte es vielleicht wirklich etwas sein, das greifbar ist, dass man auch tatsächlich behandeln kann und das ist ein bisschen, du bist nicht einfach ein hyper-emotionaler Mensch, sondern das ist ein bisschen was anderes, so, und das hat mir dann halt irgendwie geholfen, dass das so, es wurde greifbar durch dieses Buch für mich. Diverse psychische Probleme in der heutigen Zeit haben mittlerweile einen Namen und haben mittlerweile eine, unterschiedliche Krankheiten und damit auch unterschiedliche Bezeichnungen, haben mittlerweile eine allgemein übliche Benamsung, die jungen Generationen sind da viel wissender, als es ich zum Beispiel war, wie ich ein Kind war, da war es halt irgendwie, ich weiß nicht, hyperaktiv oder depressiv und dazwischen gab es so gut wie gar nichts, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Heute kann da jeder gerne oft sehen, was er alles hat und dadurch wird es auch sehr, sehr oft, gerade von älteren Generationen, nicht ernst genommen, weil sie sagen, naja, Moment einmal, das habe ich ja, was du da beschreibst, irgendwie, das ist ja keine Krankheit, das war bei mir halt mein Kindheit, irgendwie das so. Ja, ja, voll. Ich glaube, wir leben auch in einer ganz, ganz eigenartigen Zeit des Umbruchs, wo gerade Generationen aufeinandertreffen und zusammen teilweise unter einem Dach leben, die ja vollkommen unterschiedliche Wahrnehmung haben zu psychischen Problemen. Ja, voll. Das ist eine, ich glaube, das ist aber auch dann, und ich war vielleicht irgendwie so ein Hybrid da dazwischen, bei mir war es ja irgendwie so, dass ich mir gedacht habe, ja, ist ja überhaupt nichts dabei und wenn jetzt irgendwie eine Freundin, ein Freund mit mir geredet hätte, irgendwie so über, dass es so Probleme gab und im Bekanntenkreis natürlich auch Leute gekannt, die in Therapie gegangen sind, war ich immer so, ja, und wäre ein aufmerksamer Zuhörer gewesen, glaube ich, ein guter Gesprächspartner habe, hätte auch gesagt so, na, ist doch kein Problem, wenn man mal kurzzeitig Medikamente nimmt, damit es einem wieder besser geht und so. Und dann stehst du quasi selber vor der Tür und denkst dir so, ja, aber ich, also Medikamente nehmen will ich nicht, weil das, na, das, also das ist dann zu viel und das, und das ist irgendwie so lustig, dass man dann, dass man es, glaube ich, auch in der, in einer älteren Generation irgendwie so, dass, das glaube ich, manche Leute, die in der Generation von meinen Eltern sind, schon Verständnis dafür haben, aber jetzt zum Beispiel selber noch nicht hingehen würden, so, so, weil es, weil es irgendwie so, ja, und das war bei mir ähnlich, also ich habe das echt so, bei anderen habe ich mir gedacht, ja, ja klar, ruf doch wen an und, und, und ich habe niemanden angerufen. Also so, sagt so, ja. Kommt mir alles sehr bekannt vor, kenne ich teilweise. Das ist der Weg, der dich irgendwann einmal dann dazu führt, dass du wirklich beginnst eine, eine, eine Behandlung, eine Therapie oder einfach einmal zum Orts gehst und sagst, Entschuldigung, aber da stimmt was nicht. Das ist ja, das ist ja bei vielen Menschen ganz unterschiedlich. Gott sei Dank immer mehr junge Menschen zeigen rechtzeitig auf, oder zeigen mal zumindest auf, irgendwie und sagen zum Beispiel, irgendwie, wir haben das auch mit unserer, mit unserer öteren Jugendstudie abgefragt, da, da gibt es einen ganz, ganz hohen Prozentsatz an sehr, sehr jungen Menschen, die feststellen, sagen, Moment, da stimmt was nicht, dass es mir so schlecht geht, das kann nicht richtig sein und dann hoffentlich das Richtige tun und sich an ihre Eltern an den Schularzt, an den praktischen Arzt wenden oder sich zumindest einmal einfach bei den Angeboten, wie zum Beispiel Rad auf Draht, Kummernummern und Ähnlichem, mit Menschen auseinandersetzen, die vollkommen anonym und ohne in irgendeiner Art und Weise dich zu judgen oder sonst was beurteilen, was da los ist oder dir Rat geben, aber das, das gab es ja in dieser Form, wie ich ein Kind war, noch überhaupt nicht, ja, so, also es hat so langsam begonnen, da gab es schon die ersten, die ersten, die ersten kleinen Angebote, heute nimmt das Vater auf. Vor einem Jahr sitzen wir da zusammen mit diversen interessanten Menschen und reden über genau das Thema und fast jeder sagt, wenn man so sagt, was wünschen wir uns für die Zukunft, naja, ein flächendeckendes, Gratis-Angebot an Therapiemöglichkeiten, also das heißt, vom Staat bezahlt für Menschen, die das brauchen, vor allem für Jungen. Ist unglaublich wichtig. Ja, ich habe nur das Gefühl, jetzt haben wir Gretterjahr, irgendwie davor am Jahr, genauso wie im Jahr davor und auch schon im Jahr davor, hast du das Gefühl in deinem persönlichen Umfeld, was du so hörst, dass ich da besonders viel tue? Ich glaube nicht, also ich weiß eins, dass es in Deutschland noch schwieriger ist, also da erkenne ich halt, doch Leute, die dann wirklich lange, lange warten müssen auf einen Therapieplatz, da ist aber halt auch wieder so, muss man jetzt auch zum Beispiel, natürlich, es ist eh voll gut, dass wir über das auch noch reden, weil man muss zum Beispiel sagen, wie ich das erste Mal, der eben als Früh erwachsener, quasi einmal kurz für vier, fünf Stunden waren es, glaube ich nur da war, da war Geld ein Riesenfaktor bei der Geschichte, ein Riesengroßer, weil halt die Krankenhasse gibt ja ein bisschen was zurück, aber das reicht nicht und dann ist tatsächlich so, hey, rechne es mal aus, was das, wenn du eine Zeit lang das einmal die Woche brauchst, ja, ich war in einem Status, da war zweimal die Woche nicht genug, also so, wo ich dann, wo ich hingegangen bin und so, aber das ist alles, das sind alles Dinge, wo ich halt quasi mir echt irgendwie noch so, so, dankbar war, dass ich das gerade bezahlen kann und ich hätte mit meiner Diagnose einen Therapie von der Krankenhasse, einen Therapieplatz von der Krankenhasse bezahlt bekommen, Wartezeit für sowas, dass du klinischen Aufenthalt hast, wäre da um ein halbes Jahr herum gewesen und das hätte ich nicht gehabt, so ehrlich muss ich sein, also ich hätte doch tatsächlich dann irgendwen um Geld bieten müssen oder irgendwie sowas, weil klar, wenn du es bezahlst, kannst du dir nachher ein bisschen was zurückholen, aber du kannst zumindest einfach einmal hingehen und meine Karriere hat mir das ermöglicht, dass ich das einfach gezeigt habe und ich hätte denen, ich hätte in diesem Moment alles, was ich habe, hergegeben, einfach nur im Sinne von so, kann irgendwer das bitte wieder machen, dass es mir gut geht, aber das ist ja, das sollte ja nicht so sein und vor allem, wenn man es nicht hat und das ist etwas, also in diesem halben Jahr wären blöde Dinge passiert, ganz sicher und das ist ja auch, ja, es gibt ja auch Folgeerkrankungen, die dadurch entstehen können, also gerade das, ich habe in der Einrichtung, wo ich dann war, schon mit Suchtkranken auch zu tun gehabt und da geht es natürlich auch darum, dass viele Alkoholkranke zuerst schwere Depressionspatienten waren, in Wahrheiten und dann zu spät die Hilfe an der psychischen Front, sag ich jetzt einmal, gekommen ist und dann wird das halt immer mehr, immer mehr, immer mehr und dann hast du mehr oder weniger zwei Krankheiten auf einmal und bist du alkoholkrank und hast Depressionen und das ist natürlich dann eine große, große, große Hürde oder Aufgabe. Zum Thema Alkohol sollte man vielleicht irgendwie mal eine eigene Podcastreihe machen. Da gibt es glaube ich irgendwie ganz, ganz schwere Meinungsverschiedenheiten, die auch hoch emotional in der Diskussion geführt werden, wenn es darum geht, gerade in unserem Land, ab wann bist du eigentlich alkoholkrank? Also Alkohol ist ein ganz schwieriges Thema. Ich traue mich es in der Früh im E3-Wecker kaum anfassen, weil da so viele Menschen, wir sind ja nicht Oberlehrer oder sowas, ganz im Gegenteil, wir sind ja quasi maximal Oberkellner, im Radio. Das passt dann wieder ganz gut und da servieren wir halt nur Kaffee oder Tee und Kakao und nicht schon das erste Bier um fünf Minuten früher, aber wahnsinnig viele Menschen in diesem Land saufen. Das muss man einfach sagen, irgendwie wie es ist und finden nichts dabei, weil das war immer schon so und das ist in Ordnung und man übersieht dann einfach irgendwann, wenn man sozusagen psychisch nicht mehr in der Lage ist, die Dinge in seinem Leben so zu kontrollieren, wie man es in einem stabilen psychischen Zustand kann, übersieht man da manchmal den Zeitpunkt, wenn es zu viel wird. Hast du irgend sowas in dieser Richtung selber erlebt? Also bei mir war es meine Therapeutin, die dann eben in der Zeit, wo es immer schlimmer geworden ist, hat sie dann irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, Herr Sumpich, Sie haben ein Alkoholproblem und ich so, äh, äh, und dann habe ich darüber nachgedacht, dann habe ich irgendwie geweint, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, scheiße nochmal. So eine offizielle Bestätigung. Und ja, und das war halt eben, ein Alkoholproblem kann man haben, ohne dass man schon süchtiger Alkoholiker ist. Also das wäre aber etwas, was dann zu einer Alkoholsucht führen kann. Der Standardspruch auf sowas ist in Österreich am Stammtisch, im Wirtshaus, in der Disco, irgendwie im Club. Ich habe ja kein Problem mit Alkohol. Ha, 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 ha. Aber genau das ist es. Das ist der springende Punkt. Richtig. Und was ich auch sehr wenig, also ohne, ohne so dieses externe Schütteln einmal, ganz, ganz, ähm, spät erst gecheckt hätte, ist, sie hat dann irgendwann einmal zu mir gesagt, naja, wenn man jetzt als Musiker unterwegs ist oder als Musikerin, dann ist es ja wirklich, du, du, a, trinkst du nie alleine Alkohol, weil das musst du ja nicht. Ja. Du bist ja immer irgendwo unterwegs, Veranstaltungen, Events, ähm, Tourneen, also so, wenn ich in einen Nightliner reingehe, ist im Kühlschrank ein Wein und ein Bier drin. Also Backstage ist ein Wein und ein Bier drin, also überall halt. Und dann hat die irgendwann einmal zu mir gesagt, ja, ähm, Herr Sundberg, wissen Sie, was der Unterschied ist? Die Musikerinnen und Musiker, mit denen sie unterwegs sind und die Leute, mit denen sie, ähm, auf Tour sind, die trinken, um Spaß zu haben und sie trinken, damit sie es aushalten. Von wie viel Leben hat er da? Und das ist eingefahren. Darf ich, darf ich so ähnlich sein? Ja, äh, naja, von, von viermal die Woche besoffen sein. Richtig. Schon, schon gut beieinander. Also so, dass du, so dass du welchen Zustand erreichst? Was war, was war irgendwie so der, wo hast du, wo hast du, ab welchem Zeitpunkt, in der Zeit deines Alkoholproblems, warst du dort angelangt, jeweils irgendwie, wo du hin wolltest? Ich wollte gar nie irgendwo hin. Also das war jetzt gar nicht einmal so. Tatsache ist, also, die anderen wollen einfach irgendwie so lang saufen, bis sie endlich einslaufen. Genau. Die anderen, bis sie alles vergessen, was sie beschäftigt. Das war, das war irgendwie, ja, gab es schon noch einen Grund, was ich vorher dazu sagen möchte, noch ist, ich bin ein Mensch, der relativ, da werden jetzt meine Freunde lachen, weil es da wirklich so ist, ich bin relativ lange, wenn wir irgendwie Alkohol trinken, relativ normal. Also ich bin zum Beispiel keiner, der je gestänkert hat, ich werde nicht komisch, ich fange keine Streits an und so weiter und so fort. Das heißt, zu mir sagt doch keiner, oder trinkt nix, weil ich bin lustig, ich bin, maximal gehe ich her und bin zu lieb zu irgendwelchen Menschen, so keine Ahnung, umarm irgendjemanden zweimal beim Verabschieden, so auf die Art. Und dann ist es tatsächlich halt so gewesen, in der Zeit, wo ich schwer depressiv war, ist, wenn es halt nach einem Konzert oder irgendwo bei einem Event ein Glas Wein trinkst oder ein Bier, dann ist es so der Moment am Tag, wo ich irgendwie so das Gefühl hatte und jetzt ist irgendwie, ja, irgendwie, wenn so 20 Kilo von der Brust weg sind. Weil Alkohol ja, ich habe mich dann erkundigt, warum das so ist und Alkohol ist halt schon ein sehr, sehr gutes Mittel in dem Moment, das halt, es ist ein sehr, sehr gutes Nervengift und kann, kann in einer geringen Dosis tatsächlich auch dazu führen, dass diese, dieser Druck in dir und diese, diese schwere Depression irgendwie mal so ein bisschen loslässt und du irgendwie das Gefühl hast, na, kriege ich schon alles hin, hat aber dann im gleichen Moment wieder so viele Nebenwirkungen, die mega schlecht sind, dass es natürlich das absolute Antimedikament ist, aber kurze Zeit ist die Wirkung da, die, die du eigentlich haben möchtest und das ist halt gefährlich, weil man dann sagt, naja, einfach ist ein Spritzer trinken, schwieriger ist, zur Therapie gehen und sich darum kümmern, dass dieser Druck von der Brust weggeht ohne einen Spritzer und das musste ich dann machen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war Gott sei Dank nicht süchtig, habe kein, ähm, Dings, ich habe dann sofort, wie die das gesagt hätten mal, über einen Monat nicht getrunken, ähm, habe dann in der Zeit, weiß ich nicht, sehr, sehr großen Erfolg auch gehabt und dann bin ich halt nicht auf die Aftershow-Party gegangen, weil ich mir gedacht habe, na, das tue ich mir jetzt einfach gar nicht an und jetzt ist es einfach, sage ich einmal, ja, gibt Zeiten, wo es ein bisschen früh ist, gibt Zeiten, wo es weniger ist, jetzt trinke ich gerade wieder einen Monat nicht, aber es ist halt auch schwierig, es ist wahnsinnig schwierig, das fällt mir deshalb auf, weil ich trinke nicht, ich trinke also so gut wie gar nichts, das Problem ist, das Problem ist, bei mir reicht tatsächlich, das ist kein Witz, ein kleines Bier und ich bin, ich bin eigentlich halbfett, äh, ich habe mir durch den, durch den Ö3-Wecker angewöhnt, weil ich vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, äh, in Deutschland einen Kollegen kennengelernt habe, der, der, der schwere Alkoholprobleme hatte und die waren so schwer, dass, äh, dass, dass, dass wirklich Menschen, die dem begegnet sind, bemerkt haben, da stimmt was nicht irgendwie und keiner hat was gesagt, alles ohne mit der vorgehaltenen Hand und das hat mir, das war mir damals, da war ich offensichtlich noch, äh, sehr leicht durch äußere Einflüsse auch, auch brechbar, äh, das hat mich dazu gebracht, wie ich den Ö3-Wecker übernommen habe, vor 20 Jahren, habe ich gesagt, ich drückte es nur durch, dieses 3 Uhr 15 Aufstehen und dieses, dieses extreme Leistung bringen, irgendwie mental, vier Stunden in dieser, in dieser, in dieser Tageszeit, wenn ich wirklich strikt bin und habe von Montag bis Freitag, Mittag, mir absolutes Alkoholverbot erteilt, jetzt lebe ich aber seit 13, 14 Jahren in der Wachau, wo, wo, wie ich zum allerersten Mal mit einem Vorrat zusammengesessen bin, irgendwie, der mich zu Hause besucht hatte, als ich frisch dort angekommen war, um 9 Uhr irgendwie nach einem Glas Wein gefragt wurde, äh, wo, wo sehr viele Menschen, Wein kann ja was wunderschönes sein, irgendwie, und gerade die Wachau ist weltberühmt dafür, aber sehr viele Menschen, für sehr viele Menschen ist damit der Umgang mit Alkohol auch vollkommen normal, man muss sich mal ja bei Leuten fragen, wann habt ihr jetzt zum ersten Mal Alkohol getrunken, das war meistens, oder sehr, sehr oft, irgendwie bei, so, als Kind kriegst du einmal so ein Stamperl Bier, irgendwie, bei irgendeinem Familienfest. Oder, oder den Schaum vom Papa. Den Schaum vom Papa, genau. Den Bierschaum, auch so eine Erinnerung. Muss auch nicht sein eigentlich. Aber der Punkt ist der, ne, ich finde, es braucht nicht uns, mich schon gar nicht, ich bin in keiner Weise ein Vorbild, und ich glaube, du wirst jetzt auch kann sein, irgendwie zumindest hätte ich dich nicht so wahrgenommen. Aber, 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 und, und, und dann, was du eh, kommen sofort die Ersten, die sagen, ah, cancel culture irgendwie, und jetzt darf man auch nichts mehr, jetzt tut es uns den Spritzer anormatik machen, oder so, darum geht es überhaupt nicht, soll jeder machen, wie er glaubt, aber es ist eine Feststellung, ich bin jetzt 51 und das traue ich mir zu sagen, dieses Land hat teilweise ein weitaus größeres Alkoholproblem, als die meisten Menschen zugeben wollen. Ich, ich begegne dem immer und immer wieder, und sich am Freitagabend einfach halb besinnungslos zu saufen, äh, gehört in, in so, so manchen, so manchen Gruppen zu, quasi zum guten Ton, oder zu sagen, tut mir leid, ich trinke nix, da wirst du ganz komisch angeschaut, über mich gibt es Gerüchte bei mir daheim, ich wäre anonymer Alkoholiker, und deswegen trinke ich nix, ja, und man denkt so, wie kommt es denn darauf, ja, ich, ich mache ja alles gern, was irgendwie lustig und verboten ist, nur gerade das, ich meine, ich würde es ja sagen, wenn ich jetzt anonymer Alkoholiker wäre, irgendwie wäre ich nicht anonym, sondern einfach nur Alkoholiker oder Ex-Alkoholiker, und würde sagen, du, malade, ich habe ein Problem mit Alkohol gehabt, das Schwere ist irgendwie, ich kann nix mehr trinken, ich hätte kein Problem damit, das zu sagen, aber der Punkt ist, allein, dass du nicht trinkst, da wirst du schon komisch angeschaut, voll, das ist so. Aber das ist zum Beispiel was, was ich halt einfach für mich geändert habe, also ich finde, wenn jemand sagt, er trinkt nix, möchte ich einfach die Antwort geben, ah, okay, was machst du sonst? Und fertig. An sich, die einzige Antwort, die geht, für die. Weil halt natürlich, und Details kann ich nie über andere Menschen erzählen, aber ich war in einer Einrichtung, wo Depressionspatienten waren, Leute, die alkoholkrank waren, und auch Menschen, die andere Suchtprobleme hatten. Und ich war einer von diesen Menschen, die auf OF1 zur Primetime zu einem 20-Jährigen gesagt haben, ja, wenn du immer so nervös bist, vielleicht trinkst du einmal einen Spritzer vor der Show. Daraufhin hat sich jemand bei mir gemeldet, so, wie kann man sowas sagen? Und ich war so, ja, stimmt, aber jetzt kommt's bitte, hört's mal auf, das ist doch nicht so ernst, du hast nicht gemeint. Und ich war schon beim, beim Klorifizieren, also Klorifizieren, aber ich meine, ich habe mir gedacht, jetzt bitte scheißen wir uns doch nicht an, wenn man ein bisschen was saufen ist, doch wurscht. Ist es ja auch teilweise, also es geht halt immer, ich glaube, wir haben es halt auch in uns, wie sie so aufwachsen. Mit Maß und Ziel wäre halt immer das, das schaffe ich nicht. Sozialisierung auch. Aber man muss dann irgendwann einmal auch ehrlich sein. Bei mir ist es so, entweder ich trinke und dann ist es meistens ein bisschen mehr oder ich trinke halt nicht. Aber da war es halt eben so, wenn du dann mit jemandem, der hochgebildet ist, also einfach jemand, mehr möchte ich nicht sagen, also mit einem universitären Titel oder zwei, neben dir sitzt und halt die Milch in Kaffee nicht mehr schütten kann, weil es ihm körperlich so schlecht geht und generell schon sich schwer tut mit Konzentration und allem drum und dran und kurz davor ist, einfach seinen Beruf nicht mehr ausüben zu können, dann hat man einfach so, wenn man das sieht und das wochenlang auch mit begleitet und sich gegenseitig unterstützt, der eine bei seiner Alkoholkrankheit, der andere, mich bei Depressionen, was auch immer, dann kann man nicht mehr hergehen und live auf ORF1 um 20.30 Uhr sagen, jetzt trinken wir doch ein Glasl weiter und dann sind wir alle lustiger. Dann muss man sagen so, hey, jeder, der will, macht, wie er es mahnt. Ich würde überhaupt niemanden missionieren, aber ich möchte es nicht mehr auf eine Stufe heben im Sinne von so, hey, der, der mehr verträgt, ist cooler und so weiter und so fort. Aber darum geht es mir ein bisschen. Was ist, also, das müssen wir, also müssen. Es wäre schön, wenn wir da ein Umdenken hinkriegen, dass wir sagen so, mit 15 haben wir gesoffen und der, der mehr Bier saufen hat können, das war der Coolste in der Runde. Ich glaube, dass sich das schon ein bisschen ändert. Bei uns war es so. Und das ist, glaube ich, was, das hast du dann ja irgendwann einmal so im Hirn so, geh, was ist, was hast du, verträgst jetzt nichts mehr, komm, auch unten trinken wir schon noch. Das sind Sachen, die bleiben dann als Erwachsene und das musste ich einfach umdenken, weil wenn du diese Menschen siehst, die so zu kämpfen haben mit denen und das sind jetzt Menschen gewesen, die sehr, sehr gebildet waren und eigentlich mit der Thematik umgehen hätten sollen, weil sie wissen, was im Körper passiert. Also, das heißt, viele Menschen sind ja der Meinung, dass all unsere Probleme auf der Welt, ich sage gar nicht, dass die Unrecht haben, viele unserer Probleme, glaube ich, ließen sich durch bessere Bildung lösen. Ich bin selber Schulabbrecher, musste mir die Bildung, die ich in der Schule nicht mitbekommen habe, dann selbstständig erarbeiten. Das war ein Mordstrom hocken und sie beschäftigt mich heute noch. Das sind mindestens ein bis zwei Stunden meines Lebens, meines täglichen, seit ich mich zurückerinnern kann, wo ich versuche nachzuholen, was ich verpasst habe, nachdem ich die Schule abgebrochen habe, nein, nachdem mich die Schule abgebrochen hat, Entschuldigung, das formuliere ich immer falsch, ich habe gar nicht die Schule abgebrochen, die Schule hat mich abgebrochen. Und es hat mich trotzdem nicht bewahrt. Auch noch so viel Lesen und noch so viel Bildung und noch so viele interessante Gespräche mit viel interessanteren Menschen, als ich selber bin, haben nichts gebracht. Es haben die Lösungen für manche Probleme liegen halt dann nun mal bei Professionisten wie jenen, die einfach Therapie geben können oder den Psychiaterinnen und Psychiatern, die das sogar studiert haben. Anders geht es nicht. Trotzdem ist es in unserer Gesellschaft immer noch einfacher, wird es ein Offenes zu finden, wo du dir bis zur Sperrstund umnieten kannst, was auch so manches Problem kurzfristig für manche Menschen zu lösen scheint, als jemanden zu finden, der da hilft, wenn im Kopf zu viele Scherben klirren und klimpern. Das ist doch eigentlich, da stimmt doch was mit dem System nicht. Ja, eh. Also ich glaube, einfacherer Zugang wäre es auf jeden Fall. Also es muss wirklich gratis werden. Wir müssen hergehen und uns das als Gesellschaft leisten. Weil ich bin mir ganz sicher, dass die Hürde einfach wirklich, und ich kann mich erinnern, damals Musikstudent, keine Kohle gehabt, weinend von der Mama gefragt, weil Therapeutin bezahlen? Woher denn? Ich hätte es einfach nicht gehabt. und dann gehst du aber auch nicht hin. Weil, also wenn zum Beispiel meine Eltern in dem Moment nicht die finanziellen Mitteln gehabt hätten, mir das zu bezahlen, dann hätten wir es einfach nicht gemacht. Punkt. Weil, also es gibt ja Gratis-Therapieplätze auch, die sind uns nicht ganz so einfach zu bekommen. Von denen gibt es ganz wenige. Also es gibt sie schon. Müssen wir jetzt auch einmal sagen. Natürlich gibt es die. Aber, wenn du jetzt das Internet aufmachst und in deinem Umkreis suchst, findest du, glaube ich, mehr Private als jetzt Krankenkasseplätze. Das ist ja das, das ist mein größtes Problem mit diesem Podcast. Egal, wer hier jemals gesessen hat, Melissa Naschwing, du, ich als Gastgeber, wir alle sind relativ erfolgreich oder sogar sehr erfolgreich in dem, was wir machen. Und, wiewohl ich mich sehr gut erinnern kann an meine Zeit, wie mir das begonnen hat mit den Problemen, ich habe mir meine ersten Therapiestunden auch nicht leisten können, nämlich gar nicht. Ich habe damals einen Dreck hier verdient, über viele, viele Jahre de facto so gut wie nichts. Das hat gerade einmal von der Mitte gereicht und das manchmal auch nicht. Ich war teilweise nicht einmal durchversichert. Und auf einmal habe ich zu tun mit psychischen Problemen und der Anforderung, jemanden zu finden, der da hilft. Guter Trick damals, weil ich erfahren habe, die Erstgespräche sind immer gratis. Irgendwie, ich habe relativ viele Erstgespräche geklärt. Ich habe das dann aber auch irgendwann einmal aus dem Auge gefallen. Nur heute geht es mal wie dir. Heute kann ich das einfach zahlen. Und muss man die Sorgen nicht machen. Ich kann das sogar aussuchen, mit wem. Und ich stelle mir das die ganze Zeit so wahnsinnig schwierig vor, wenn Sie jetzt zum Beispiel uns gerade sehen oder hören und Ihnen geht es gerade auch nicht so gut finanziell und Sie wissen nicht einmal, wie Sie Ihre Lebenserhaltungskosten scheidsamkriegen sollen und bemerken, aber Sie bräuchten Hilfe und dann gehen Sie ins Netz oder fragen den Hausarzt und stehen auf einmal vor einem echten Kanossergang, der dich von einem Loch ins nächste führt, weil du eigentlich lauter Dinge erfährst oder die lauter Dinge passieren, wenn du da Pech hast, auf dem Weg zur Therapie, die dir erst recht wieder depressiv machen. Wir müssen dafür sorgen in unserem Land und das ist wirklich, sagt der Josch völlig richtig und ich kann es nur hundertfach unterstreichen, das muss gratis sein, da muss es ein breites Angebot geben und jeder, der mal erzählt, dass wir in einem Land leben und ich weiß, wie wichtig auch Landesverteidigung ist, aber wenn wir hunderte und hunderte Millionen Euro für Waffen ausgeben können, weil das die Welt offensichtlich jetzt irgendwie so braucht, irgendwie oder wir das in dieser Welt so brauchen, irgendwie, es sollten andere entscheiden, aber wenn dieses Geld da ist, wenn dieses Steuergeld da ist, dann ehrlicherweise, dann muss es sich ausgehen, dass wir ein System schaffen, wo gerade junge Menschen, die jetzt gerade es schwer aufzeigen und sagen, hey, uns geht es nicht gut, zu jeder Zeit eine entsprechende Betreuung bekommen, vollkommen wurscht, ob es in irgendeinem Kuhkauf lebst oder in einer Kaustadt. Ja, voll. Das muss sein. Total. Und da braucht es auch, es ist ja auch die Ausbildung relativ teuer. Ja, das sind ja gute Leute, die das machen. Da haben sie ja jetzt, glaube ich, eh schon wieder so ein bisschen was, mehr Plätze aufgestockt und ich glaube, es soll universitär werden, aber bisher war es ja auch so, dass auch Therapeutinnen und Therapeuten Ausbildung sehr teuer war. Das heißt, das ist auch schon mal eine Hürde, dass sie es weniger machen, weil es da auch schon welche gibt, die sagen, ich würde diesen Beruf gern machen, ich kann mir aber die Ausbildung gar nicht leisten, weil ich bin nicht ein Kind von Eltern, die viel haben oder weiß ich nicht oder hatte nicht vorher schon einen Beruf, der viel abgeworfen hat. Und das, glaube ich, ist schon, es muss gratis, es muss auf der Uni sein. Also ich glaube, das fängt jetzt an, bin ich eben kein Experte, aber das ist, glaube ich, das Rad ist relativ groß, dass man da drehen muss. Und je öfter wir es wiederholen, vielleicht desto eher er findet das Gehör oder desto fettgedruckter wird die Forderung. Mir ist eine Sache nicht ganz aus dem Kopf gegangen, über die du vorher gesprochen hast, deswegen muss ich jetzt nochmal darauf zurückkommen. Du hast gesagt, dass da schon sehr dunkle Momente bei dir waren. Wie nah am Abgrund bist du denn gestanden? Puh, wie nahe. Ja, also ich glaube, In Schritten. Einen? Echter. Also so, ja. Aber ich glaube, wenn du mal den psychosozialen Notdienst in dein Handy einspeicherst, weil du denkst, hm, also ich weiß, ich bin einmal zum Beispiel zu meinem Bruder gefahren, weil ich gewusst habe, allein sein wäre die nächsten Stunden eine dumme Idee. Und, ja, das ist, schon, möchte ich, möchte ich jetzt auch nicht mehr so schnell hin. Warum trifft das so oft? Das ist eigentlich eine blöde Frage. Ich wollte gerade fragen, warum trifft das so oft Menschen, die eigentlich, weil wir sind ja alles, ich bin ja auch kein Journalist, also ich bin unterhalterseitig, denken kann. Also mir ging es immer darum, Menschen zu bespaßen oder ihnen eine gute Zeit zu machen. Du machst Musik. Wir, wir, wir sind die, wir sind die, die Gaukel-Truppe, die durchs Land zieht und die, die Leid unterhält. Warum, warum, treffen wir uns in diesem Psycho-Podcast alle miteinander wieder und haben alle so schwere Probleme? Ich frage mich das sehr oft. Ich glaube, das ist ein, schon auffällig irgendwie, oder? Also eine Sache ist auch das, dass man zum Beispiel, da bin ich ja nicht der Einzige, das habe ich auch schon von einigen gehört, so Musikerinnen, Musiker oder generell Leute, die kreative Sachen machen, oft einmal irgendwo hingehen und sagen, ich möchte eigentlich gar nicht volltherapiert werden, weil wenn ich diesen Schmerz in mir nicht mehr spüre, dann kann ich meine Kunst nicht mehr so machen, wie sie ist. Und da hat mir meine Therapeutin auch mehr oder weniger eine Wachrüttelung gegeben und wenn ich jetzt daran denke, an alle Songs, die ich in meinem Leben schon geschrieben habe, in welchen Phasen verschiedenste, es gibt kein Muster. Also es sind nicht alle in einer Phase entstanden, wo es mir schlecht gegangen ist und es sind nicht alle entstanden in einer Phase, wo es mir gut gegangen ist. Es hat, glaube ich, tatsächlich nicht die starke Einwirkung, die wir manchmal glauben, die sie hat. Also das ist so. Und bei uns, ich weiß nicht, für mich ist es halt irgendwie, ich glaube, dass sie in der Öffentlichkeit stehen schon, jetzt, da muss man halt auch immer so aufpassen, weil man will doch nicht jammern, wenn es einem eh so gut geht und das alles so läuft, Menschen sehen auch immer nur einen winzigen Teil von dem, was du tust oder was du machst. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es ein Brandbeschleuniger sein kann. Weil ein Brandbeschleuniger kann es dann halt zum Beispiel sein, wenn du sagst, naja, wenn du eh schon kein Selbstbewusstsein hast, dann ist es auch natürlich ganz, ganz schwer für manche Menschen sich vorzustellen, wie ein Typ, der sich auf einer Bühne, weiß ich nicht, in der Stadthalle oder im Nowa Rock am Donauinselfest hinstellt vor bis zu, keine Ahnung, 60.000 Leuten und dort einfach eine Gitarre nimmt, spült und singt und da herumhampelt. Das kann ja nicht jemand sein, der kein Selbstvertrauen hat, weil das stellt sich ja dahin. Selbstvertrauen gibt es ja in ganz vielen verschiedenen Facetten. Musikalisch habe ich genug Selbstvertrauen, mich auf diese Bühne zu stellen. Als Privatperson überhaupt nicht. Und da ist zum Beispiel so, ich habe nie, meinen Körper zur Disposition gestellt. Ich habe nie darum, also ich habe Musik gemacht und Musik lief im Radio und es war sehr, sehr erfolgreich, aber ich habe nie gesagt, hey, bitte schickt es mal Nachrichten, sobald ich zugenommen habe, weil, also so, das ist halt dann privat gar nicht mal so easy, weil ich mir denke so, hat sich irgendeiner von euch mal überlegt, dass es mir selber am Arsch geht? Und dass ich jetzt, also so, es sitzt nicht jeder Mensch aus der Öffentlichkeit, der erfolgreich ist, daheim in seiner Villa mit dem Ferrari in der Garage und genießt sein Leben. Also es ist irgendwie, das ist nicht der Alltag. Und das ist etwas, ne? Das interessiert die, aber das ist der Luxus des Publikums. und dem will ich auch niemanden absprechen. Ich merke das auch bei mir bei Social Media manchmal, das Apo zu schreiben an Leute Sachen, immer so denke ich so, wow, ich bin eine wildfremde Person für dich und du bist eine wildfremde Person wie für mich und du glaubst, du kennst mich, weil ich zum Inventar gehe irgendwie seit deinen Kindertagen, aber natürlich kennst du mich nicht und du traust dir mal sowas schreiben. Und dann schreibst du zurück und es ist dann meistens gleich dann irgendwie so, oh, ich habe jetzt gewusst, dass du das liest oder sie das lesen und dann denkst du so, ach so? Ja, voll. Das ist auch etwas, was halt manchmal so, es gibt Menschen, die glauben, dass, ja, ich habe natürlich auch jemanden, der Instagram-Beiträge und sowas macht für mich, wenn das, aber generell sind meine Social Media Accounts meine Accounts, entweder gebe ich die noch wie im Frei, aber ich sehe Nachrichten, ich habe die auch auf meinem eigenen privaten Handy oben. Also das heißt, wenn man dort irgendwie hinschreibt, hey, mittlerweile schaut der Typ einfach nur noch fertig aus oder wenn man sagt, dem seine T-Shirts sind schon mittlerweile aus wie ein Sack, weil ich zugenommen habe, dann kriegt das nicht irgendeine Marketingagentur, wo 400 Leute sitzen in einem schicken Wiener Innenstadtbüro, sondern ich vielleicht gerade scheiße drauf nach vier Konzerten überfordert auf mein Handy. Da kommt das an. Und da ist es halt manchmal so, es war nicht immer so easy. Das ist ja auch irgendwo oftmals das, was Menschen nicht verstehen, angesichts von den allerschlimmsten Tragödien in der Unterhaltungsbranche. Ich denke jetzt da an den viel zu frühen Tod von einer Amy Winehouse irgendwie oder anderen diversen. Es ist eine ewig lange Liste von Menschen, die noch viel, viel mehr, dagegen sind wir alle hier in Österreich in Wirklichkeit, ganz, ganz kleine, ganz, ganz kleine, kleine Lichter, die wirklich strahlenden Scheinwerfer, die diese Welt erhellt haben mit Millionen Erfolgen und schaffen das Leben nicht. Schaffen den nächsten Tag nicht, schaffen die Nacht nicht und gehen. und verschwinden. Das versteht man ein bisschen besser, wenn man selber einen Job in der Öffentlichkeit hat, auch wenn er natürlich viel kleiner dimensioniert ist und psychische Probleme. Aber was die wenigsten Menschen nach wie vor verstehen, ist, warum es, wie gesagt, und das hast du jetzt gerade ganz gut auf den Punkt gebracht, warum es Leuten wie dir oder auch mir oder anderen irgendwie, die in der Öffentlichkeit sind, so schlecht geht. Das hat natürlich auch mit der Öffentlichkeit zu tun manchmal und damit, dass Menschen keinen Abstand, keinen Respektsabstand kennen, irgendwie, weil sie ja auch, weil wir sie ja auch alle einladen. Wir stellen es auf die Bühnen, wir machen Social Media. Und was sie auch mega gern machen. Ja, total. Das ist ja auch, ich liebe es ja, ich liebe die Öffentlichkeit. Für mich ist das so, also, ich glaube, wenn man das gar nicht mag, dann geht man doch nicht hin und stellt sich vor 6.000 hin. Da muss man auch sagen, so ein bisschen ein Klopfer haben wir schon alle, dass wir sagen, wenn irgendwo ein Scheinwerfer ist, dann gehe ich hier und stelle mich ein. Also so jetzt ganz bildlich gesprochen. Klassensprecher? Nein, manchmal hätte, ja, da war ich immer ein bisschen zu verheilen. Das war mein Anfang. Ich habe mir gedacht, irgendwie wurde das bei mir begonnen, ich wollte Klassensprecher werden. I don't know why. Ich war Entertainer. Ja? Also ich habe ja so schriftliche Zeugnisse bekommen in langer Zeit meiner Schulkarriere und da stand in einem drin, der Johannes muss endlich mal verstehen, dass der Lehrer die Klasse führt und nicht er und dass die Klasse keinen Unterhalter braucht. Oder so irgendwas ist da drin gestanden. Dabei stimmt das nicht. Ich bin mir sicher, deine Klasse hat einen Unterhalter gebraucht. Jede Klasse braucht einen Unterhalter. Sie haben zumindest wahrscheinlich ein bisschen mehr Spaß bei der Sache gehabt, weil ich habe halt wenig aufgepasst, aber ich habe immer dafür gesorgt, dass ein bisschen Stimmung in dem Raum ist, dem ich halt irgendeinen Blödsinn gemacht habe. Wir kommen zum Ende einer guten Dreiviertelstunde mit Josch bei Gradgesucht als Glück, die noch ewig weitergehen könnte. Mit dir kann man nicht nur gut beim Singen zuhören, sondern auch gut mit dir reden. Ich habe die Arme in einem Hotel, das ist gar nicht lang her, habe ich mich angesprochen, ich glaube in Glangenfurt oder so war das, wo wir zufälligerweise weglaufen sind. Und das war so lustig, weil deine Songs haben bei all der Freude, die sie vielen Menschen in diesem Land machen, einen für mich unügend nehmen Nebeneffekt. Du kriegst sie einfach nicht aus dem Schädel. Das hat mit Kornelagrün begonnen und fast jeder Song, den du nachschierst, ist wieder so ein Ohrwurm. Dir ist schon bewusst, was das mit Menschen wie mir macht. Du hast es mir schon ein paar Mal gesagt. Ich habe mich gefragt, ob du deshalb Musik machst, weil es dir ähnlich geht wie uns allen anderen. Sobald du einen Ohrwurm komponiert hast, musst du natürlich dann den nächsten komponieren, sonst bleibt dir dein eigener Ohrwurm im Ohr. Und dann trafst du dich nur nicht im Kreis. Das ist ein Perpetuum mobile, das endet nie. Ja, aber es ist tatsächlich, also Ohrwurm, aber dieses Bleibt es im Ohr oder nicht, ist tatsächlich etwas, das ich selber an mir als Ersten ausprobiere. Und zwar, wenn ich einen Song geschrieben habe und ein Refrain mal fertig ist, also einfach die Hauptmelodie, die dann ja die ist, die irgendwo hängen bleibt. Und ich lege mich schlafen und wache am nächsten Tag in der Früh auf. Wenn ich sie noch sofort nach dem Aufwachen singen kann, dann ist es ein Song, der Potenzial hat dazu, halt auf eine Platte zu kommen oder eine Single zu werden. Muss ich mich konzentrieren? Muss ich es wieder herholen? Muss ich einfach so? Dann ist es auch ein bisschen so, warum soll es bei anderen hängen bleiben, wenn schon mal nicht mal bei mir? Ich wollte die Frage noch deshalb reinnehmen in diesem Podcast, weil es mir sehr wichtig ist, irgendwie auch für Sie und für euch, die ihr das jetzt anhört, also einfach so als kleine Beruhigung. Wenn ihr die ganze Zeit Josch im Ohr hört, ist das noch kein psychisches Problem, das man jetzt dringend irgendwie mit einem Professionisten lösen müsste. Für alle anderen Dinge gibt es aber natürlich irgendwie Therapieformen und die können wir beide, glaube ich, nur empfehlen. Darf ich dich zum Abschluss, weil wir ja hier das Glück suchen, nach dem genauen Gegenteil von Abgründen und Dunkelheiten in uns fragen. Was ist, wenn du so nachdenkst, nimm die ersten Gedanken, was ist das in deinem Leben oder der Umstand oder der Mensch oder der Song oder der Ort oder der Wesenszustand, das Dasein, was genau in deinem Leben macht dich wirklich glücklich? Wo findest du echtes Glück, richtiges Glück, so dieses erfüllende Glück? Abseits dieser Dinge wie Verliebtheit oder sowas, was ja... Ich glaube, in diesem einen Moment, das ist so schwer zu beschreiben, so ein Moment, wenn man einen Song schreibt und eine Melodie macht, das ist ja nicht so, dass man hergeht und sagt, ja, das ist die Melodie, Sondern da fängt man irgendwie an, das ist wie so Leute, die so lang einen Kreis malen, bis er irgendwann einmal wirklich komplett rund wird oder so irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Gott, was für eine schreckliche Vorstellung. Und dann irgendwann einmal tue ich so herum. Und dann gibt es diesen Moment, wo das irgendwie Klick macht oder wo irgendwas passiert, wo eine Melodie da ist, die mich glücklich macht. Also es ist Musik? Ja. Mann, dann hast du den richtigen Job. Ja, Gott sei Dank. Im Leben gehört auch immer ein Glück dazu. Das darf ich dir wünschen. Danke. Vielen Dank, dass du uns dein Buch geöffnet hast und uns ein bisschen mitlesen hast lassen. Das war hochinteressant und gut, dass es dich gibt. Danke für die Einladung. Ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Josch, meine Damen und Herren. Und zum Abschluss nochmal der Hinweis. Wenn es dir nicht gut geht, du einen Rat oder einfach ein offenes Ohr brauchst, Hilfe in Krisensituationen findest du zum Beispiel bei der Ö3-Kummernummer unter 116 123, bei der Telefonseelsorge unter 142 oder bei Rat auf Draht unter 147. Mehr Ö3-Podcasts auf oe3.orf.at slash podcast in der Ö3-App und auf ORF-Sound Erschung die Ö3-Moment und auf oder O4-82-T und auf die Ö3-A-T in der Ö3-Pa-Fa-T in der Ö3-T Vielen Dank.